Und weiter geht's mit Resident Evil. Chris kann leider keine Noten lesen. Oh ja. Nee, kann er nicht. It's me, Chris. Is that you, Rebecca? Wer sonst? Ah, it's the Moonlight Sonata. Can you play? Okay. 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 Maya? Wait, what is that? My interpretation is off a little. Chris, may I practice for a while? Yep. See? Just relax and play. Okay. Was bleibt uns schon übrig? Ich meine, sonst gibt es hier nichts mehr groß. Jetzt weiß ich aber auch nicht, wie lange die Gute übt. Okay. 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 Vielleicht kann sie es ja jetzt. Ach, scheiß drauf, das wird wohl noch eine gewisse Zeit lang dauern. õh, puh, puh. Hey. 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 Hey guys, wir haben einen Clemens synch. Hehe, schauen wir mal, was uns das Auge bringt. Windwappen. What the fuck? Okay, wir haben ein Windwappen. Ja, das reicht genau. Kann ich hier auch die letzten beiden grünen Kräuter mitnehmen? Oh, hierhin komme ich nicht. Nein, das ist alles verglaset. Raus hier. Also, jetzt noch einmal zur Truhe. Sachen ablegen. Und dann geht's wieder weiter. Nein, 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 nicht nochmal denselben Fehler. Du gehörst hier auch nicht hin. So, Windwappen und den Blemen weg. Äh, Kinder. Wo, wo, wo muss ich hin? Ich würde sagen, ja, ich habe ja jetzt den Helm, ach Quatsch, den, 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 den Schwert und den Rüstungsschlüssel. Kann ich eigentlich? Kann ich eigentlich? Ja. Auf die andere Seite. So, erste Etage, Ostflügel. Erstmal die Tür dahinter. Ah, sehr schön. What do we have here? Ein Kunstobjekt. Magazin. Sonst noch was? Ein Zombie. Na? Lebt hier ewig. Ist er jetzt tot? Gut. Der Schreibtisch ist verschlossen. Ah, das ist wieder ein Fall für einen kleinen Schlüssel. Wo komme ich da hinten hin? Oh. Na, 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 na. Nicht so unhöflich. Bin ja froh, dass der liegt und nicht steht. Oh. Bleibst du jetzt mal hier? Ja, schrei. Mir wurscht. Ein Farbband. Nee. Ich versau mir jetzt nicht noch den letzten Platz. Sie haben keinen Schlüssel für diesen Raum. Ja, Leute. Das ist ein Spezialraum. Äh, da braucht man den Modeschlüssel. Äh, ich weiß nicht genau, für was das... Äh, ähm, wo man den herbekommt. Auf jeden Fall, ähm... Gibt's dann noch... Wie soll ich sagen? Ähm, ähm... Wenn man es einmal durchgespielt hat oder hier irgendwelche Kriterien erfüllt, äh, kriegt man Kostüme und so einen Krempel. Meine ich mich noch richtig zu erinnern. So. Aber dass hier ein Lichtschalter ist, das sieht komisch aus. Ne. Okay, doch nicht. Okay. Hier gibt's ja auch noch eine Tür. Sie haben gerade benutzt. Schwertschlüssel. Yo. Ach so, äh, äh... Ist jetzt... Ja, klar. Hey, Platz im Menü. Geil. Ich hab eben nicht gecheckt, wo's abgeht. Hier irgendwo unheimliches Zeugs. Das! damned. Woah, 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 woah! Woah, woah! Fuck. Wichser. Wichser! Oh, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Stirb. Ich glaub's nicht. Gibt's hier was für mich? Hier gibt's noch eine... Ich könnte mich ärgern. Scheiß Quitter! Warum kann ich dich nicht messern? Du musst doch gehen. Erzähl mir doch einen Scheiß, was soll ich sagen? Ehrlich, machen Sie, als könnte ich das viel nicht messern. Aber hier liegt ein Magazin. Hab ich mich jetzt erschreckt. Raus hier. Ja, gute Güte. Ein grünes Graut. Gut versteckt, aber vorhanden. Rüstungsschlüssel. Toll. Finde ich aber gut, dass ihr einzeln kommt. Ja. Ist doch schön. Boah, leck mich. Sechs grüne Kräuter, hab ich richtig gezählt? Komm, sind wir mal nicht so geizig, benutzen wir mal eins. Gut. War klar. War klar. Scheiße. Wichser! Wichser! Stirbst du mal bald? Oh, Chris! Gleich... Nee. Verdammter Huren, so ein Hund. Könnte mich aufregen. So, ich muss hier aber einen Schnitt machen, beim nächsten Mal geht es weiter.